hallo und willkommen zu einem neuen zu einer neue event woche und einem neuen zeitrennen diesmal rc bandido zeitrennen in davis quads mit einer zeit vorgabe von 1 32 es ist jetzt leicht dunkel heißt mitarbeiter am feierabend wir haben weniger verkehr also fußgänger verkehr wir legen auch direkt los fürs drei wie immer wenn ich müll war also diese neue kamera ansicht ist für mich ehrlich gesagt irritierend bin ich nicht so gewohnt aber gut es ist jetzt halt so versuchen das beste draus zu machen die strecke an für sich urweg sehr eng hier kann man vollgas aber ich gehe auf nummer sicher und gehe etwas vom gas runter sicherheitshalber von gas wie gehe ich jetzt viel zu viel vom gas runter irgendwie habe ich vergessen wie das sein geht aber sollte an für sich trotzdem noch alles möglich sein weil wir haben jetzt kein größeren crash oder sowas gehabt so hier kann mir erinnern ist alles vollgas hinten beim unterfahren müssen wir halt aufpassen dass wir sauber runterfahren wir müssen wir auch aufpassen dass man sauber runterfahren und uns nicht drehen ja das denkt das sollte von der zeit her erreichen 1 27 ja fünf sekunden restzeit alles wunderbar geklappt und 100.000 kassiert super easy wie immer klar es geht schneller aber hauptsache ist es geschafft zeit ist mir relativ egal ich bin hier kein wettbewerbsfahrer ich hoffe euch hat das video gefallen machen noch ein thumb mail und wünsche euch viel glück viel erfolg und ja wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal ansonsten ja haut rein ciao ein ein ein